X-Trackers, MSCI World Index, USITS 1C. Was bedeutet das und warum haben ETFs immer so komische und komplizierte Namen? Was diese ganzen Kürzeln bedeuten, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video werden wir uns mal mit dem Thema Namen von ETFs beschäftigen. Vielleicht habt ihr euch ja selbst schon mal auf die Suche nach dem perfekten ETF für euch gemacht. Habt schon mal herausgesucht, in welchen Index ihr denn gerne investieren möchtet und dann angefangen in den ETFs zu stöbern, welche diesen Index abbilden. Sicher seid ihr dann auf ziemlich lange Listen gestoßen von unterschiedlichen Indizes, unterschiedlichen Anbietern und am Ende gibt es dann noch irgendwelche Anhängsel, wo keiner weiß, was das bedeutet. Im heutigen Video werden wir uns mal die gängigsten Kürzel anschauen, um dann zu verstehen, was denn in diesem ETF überhaupt drin ist. Zunächst einmal ist es aber wichtig zu wissen, dass der Name eines ETFs nicht die einzige Informationsquelle ist. Alle Informationen über den ETF-App vielleicht thesaurierend ist oder ausschüttend oder doch eher Swap-basiert oder physisch replizierend, in welcher Währung er anlegt und so weiter. All diese Informationen findet ihr jeweils immer im Produktinformationsblatt. Das ist eine Informationsbroschüre, die jeder ETF-Herausgeber veröffentlichen muss und wo ihr alle Informationen findet. Das heißt, auch wenn ihr nicht wisst, was diverse Kürzeln im Namen eines ETFs bedeuten, solltet ihr auf jeden Fall im Produktinformationsblatt nachschauen. Dieses Produktinformationsblatt solltet ihr euch sowieso immer durchlesen, bevor ihr in ein Produkt investiert. Trotz, dass man dort alle Informationen findet, ist es bei der ersten Selektion und beim ersten Filtern sicherlich hilfreich, wenn man herausfinden kann, was denn zum Beispiel ein C oder ein D am Ende eines ETF-Namens bedeutet. Von daher schauen wir uns jetzt zunächst einmal die grundsätzliche Struktur eines ETF-Namens an. Hierzu haben wir uns einfach mal zwei Beispiele herausgesucht und zwar den X-Trackers MSCI World Index USITS 1C und seinen Namensbruder 1D. Die Namensstruktur, die wir uns jetzt anschauen werden, wird von den meisten Anbietern benutzt. Einige vertauschen aber auch die Position. An erster Stelle steht immer der Anbietername. Das bedeutet hier, in diesem Fall ist das X-Trackers. Wir wissen also, welches ETF-Haus dieses Produkt aufgelegt hat. Das können zum Beispiel neben X-Trackers ComStage sein, Lynx, Amundi, iShares oder andere ETF-Herausgeber. Einige dieser Marken gehören zu großen Finanzhäusern, wie zum Beispiel X-Trackers zur Deutschen Bank oder ComStage zur Commerzbank. Andere Banken geben auch direkt unter eigenem Namen ETFs heraus, wie zum Beispiel Amundi, was eigentlich ein Fondsmanager ist, oder die UBS Bank. An zweiter Stelle beim Namen eines ETFs findet ihr in aller Regel den entsprechenden Index, der abgebildet werden soll. An dieser Stelle beginnt auch schon die erste Recherchearbeit. Viele Indizes gibt es mit verschiedenen Namenszusätzen und in verschiedenen Varianten. Aus diesem Grund kann man auch schon diverse Abkürzungen in diesem Teil des Indexnamens finden. Sucht ihr nach Indizes, die auf den MSCI World ausgelegt sind, müsst ihr zunächst einmal in eurer Selektion den MSCI World heraussuchen. Wenn ihr euch dann auf die Recherche begebt auf ETFs, die den MSCI World abbilden, werdet ihr zum Beispiel auf der Website JustETF schnell herausfinden, dass es dort derzeit 31 verschiedene Indizes gibt, die den Namen MSCI World tragen. Das liegt einfach am Geschäftsmodell von Indexherausgebern, wie zum Beispiel der Firma MSCI, die natürlich ihr Geld damit verdienen, dass sie alle möglichen Arten von Indizes aufstellen. So gibt es dann zum Beispiel einen großen Hauptindex, wie zum Beispiel den MSCI World, der dann in viele unterschiedliche Unterkategorien aufgesplittet wird, wie zum Beispiel den MSCI World Finance, den MSCI World Industries oder den MSCI World Healthcare. Diese branchenspezifischen ETFs beziehen sich dann dementsprechend aus dem gesamten Pool der Unternehmen, die im MSCI World drin sind, nur auf die entsprechenden Branchen, wie zum Beispiel Finanzen oder Gesundheitswesen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch verschiedene Indizes, die sich auf gewisse Auswahlkriterien konzentrieren, wie zum Beispiel den MSCI World High Yield Dividends, der sich darauf konzentriert, die stärksten Dividendenzahler aus dem MSCI World Pool zu repräsentieren. Ein großes Trendthema in den letzten Jahren sind zum Beispiel auch Indizes mit einem sogenannten ESG oder SAI Zusatz, die sich darauf konzentrieren, in besonders ethisch vertretbare Unternehmen oder sozial oder ökologisch vertretbare Unternehmen zu repräsentieren. Bei eurer Recherche kann es euch passieren, dass ihr in Indexnamen ein TR findet, was für Total Return steht, beziehungsweise ein NR, was für Net Return steht. Net Return wird teilweise auch als TRN abgekürzt, was aber dasselbe ist wie Net Return. Total Return bedeutet einfach nur, dass die Index Performance gemessen wird, bevor Steuern anfallen. Das bedeutet, der Indexanbieter trifft einfach die Annahme, dass keine Steuern gezahlt werden. Dadurch ist die Index Performance von einem TR natürlich etwas besser als von einem NR, wo angenommen wird, dass im entsprechenden Land, wo investiert wird, Quellensteuer, aufgezahlte Dividenden anfällt. Für euch als Investor in ein ETF ist es aber eigentlich egal, ob ihr in eine TR oder eine NR-Variante investiert, da ihr immer grundsätzlich als ETF-Investor Anspruch auf die entsprechenden Dividenden habt, die in eurem ETF liegen und dort auch entsprechend Quellensteuer anfällt. Das heißt, eure Rendite wird natürlich die NR-Rendite sein und nicht die TR-Rendite, auch wenn ihr in einen ETF investiert, der eine TR-Variante abbildet. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu kompliziert. Im Endeffekt ist es aber für euch als Investor in einen ETF nicht besonders wichtig. Weitere Elemente, die im Namen eines Indexes enthalten sein können, die dann auch dementsprechend in den ETF-Namen übertragen werden, sind zum Beispiel Ex-Irgendetwas. Ex-Irgendetwas bedeutet immer ohne. So gibt es zum Beispiel Indizes, die den asiatischen Raum abbilden. Die heißen dann irgendwas Asia ex Japan, was dann bedeutet, dass der asiatische Raum abgebildet wird ohne Japan. Kommen wir zum dritten Element eines ETF-Namens, was jetzt in unserem Beispiel beim X-Tracker-Beispiel USITS war. USITS ist eigentlich nichts anderes als eine regulatorische Bezeichnung bzw. eine Rechtsform. Wenn ihr in Deutschland in ETFs investiert, tragen diese entweder den Namen USITS oder SICAF. Ein USITS oder ein SICAF ETF müssen gewissen europäischen Normen entsprechen, um sozusagen den Stempel eines ETFs zu bekommen. Hierzu zählen regulatorische Kriterien, aber auch zum Beispiel Anlagerichtlinien, wie zum Beispiel, dass höchstens 20% des Fondsvermögens in ein einziges Unternehmen investiert sein kann, also eine Mindestdiversifikation stattfindet. Darüber hinaus verpflichten sich die Anbieter auch gewisse Pflichtinformationen zur Verfügung zu stellen und dass das ETF-Vermögen als Sondervermögen behandelt wird. Das ist für uns als ETF-Anleger natürlich besonders wichtig, da wir nicht das Risiko des ETFshauses tragen möchten und bei einer eventuellen Pleite auf unserem Geld sitzen bleiben möchten. Beim Sondervermögen können wir sicher sein, dass unser Geld nicht in die Konkursmasse mit eingeht und gesondert vom Unternehmen, also vom Verwalter des ETFs, aufgehoben wird. Technisch gesehen ist die Z-Cup, was eine französische Rechtsform ist und für Société d'Investissement à Capital Variable steht, kein Sondervermögen, wird aber trotzdem im Falle eines Konkurses nicht in die Konkursmasse mit einbezogen. Das britische Pendant zur Z-Cup ist übrigens die OEIC, was für Open-Ended Investment Company steht. Jetzt haben wir von unserem X-Trackers MSCI World Index USITS 1C beziehungsweise dem Namensbruder 1D bereits drei Viertel identifizieren können. Fehlt jetzt am Ende nur noch das 1C beziehungsweise das 1D, was das bedeutet. Und hiermit sind wir auch schon beim vierten und letzten Element eines ETF-Namens. Hier werden meist spezifische Merkmale an den ETF-Namen drangehangen. Diese können auch aneinandergereiht und mehrere sein. Kommen wir zum ersten Kriterium, nämlich der Ertragsverwendung. Hieraus können wir ablesen, ob ein ETF denn ausschüttend oder thesaurierend ist. Ein C beziehungsweise ein ACC steht für Accumulated. Das bedeutet, dieser Fonds ist thesaurierend. Er reinvestiert also erhaltene Dividenden in das Fondsvermögen. Ein D beziehungsweise auch DIST steht für Distribution, also für einen ausschüttenden ETF. Und somit haben wir das Rätsel unserer beiden X-Trackers ETF schon aufgelöst. Diese beiden Namenszwillinge stehen einfach nur einmal für eine thesaurierende Variante und der andere für eine ausschüttende Variante. Darüber hinaus kann man aber auch noch andere Informationen aus einem Fondsnamen herauslesen. Manche Anbieter schreiben zum Beispiel die Fondswährung in den Namen mit rein. Dann endet dieser Fonds zum Beispiel mit EUR für Euro oder USD für US-Dollar. Dann gibt es beim Thema Währung auch noch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel ein Hedged findet, was dann bedeutet, dass es währungsgesichert ist. Somit investiert dieser Fonds in Währungssicherungsprodukte, die entweder täglich oder monatlich einen Währungsausgleich erstellen, um das Währungsrisiko aus dem Fonds herauszunehmen. Beachtet allerdings, dass solche Absicherungen bzw. solche Hedgings euch Geld kosten und zwar entweder in Form einer höheren Verwaltungsgebühr oder in Form von weniger Performance. Darüber hinaus gibt es manche Fondsanbieter, die auch die Replikationsmethode nochmal speziell hervorheben möchten. Findet ihr zum Beispiel ein DR am Fonds, steht das für Direct Replication, was nichts anderes als physische Abbildung ist. Was das genau bedeutet und was der Unterschied zwischen einem physisch Replizieren und einem Swap ETF ist, haben wir euch bereits in diesem Video erklärt. Ein weiteres Merkmal, das ihr im ETF-Namen finden könnt, wäre zum Beispiel Short. Das steht dann, wenn es sich um ein Aktien-ETF handelt, dafür, dass er genau die konträre Entwicklung des Indizes abbildet. Wenn der Kurs des Indexes also steigt, dann wird euer ETF an Wert verlieren. Fällt der Kurs des Indexes, dann wird euer ETF an Wert gewinnen. Nicht verwechseln solltet ihr den Ausdruck Short in meinem ETF-Namen, wenn ihr in Anleihen-ETF investiert. Bei Anleihen-ETFs hat es dann nämlich die Bedeutung, dass hier in kurzlaufende Anleihen investiert werden und nicht, dass die konträre Position, also eine Short-Position, aufgebaut wird. Bei Anleihen-Laufzeiten kann man unterscheiden zwischen langlaufenden Anleihen und kurzlaufenden Anleihen. In einem Anleihen-ETF-Name würde ein Short dann also bedeuten, dass hier in kurzlaufende ETFs investiert wird. Dann gibt es noch einige Sonderformen von ETFs. Wenn ihr zum Beispiel ein 2x findet, was dann für zweimal steht, oder zum Beispiel dreimal, dann bedeutet das, dass dieses ETF gehebelt ist und ihr die Kursentwicklung des entsprechenden Indexes mal zwei oder mal drei machen werdet. Steigt euer Index zum Beispiel um 10%, werdet ihr mit einem 2x 20% gewinnen. Fällt er um 10%, werdet ihr aber auch das Doppelte verlieren. Das waren auch schon die gröbsten Abkürzungen, die man in ETF-Namen finden kann. Einige davon sind verpflichtend, müssen die Anbieter direkt in den Namen reinpacken. Andere sind freiwillig, wenn sie zum Beispiel einen gewissen Aspekt, wie zum Beispiel, dass der Fonds physisch replizierend ist, gesondert hervorheben möchten. Wenn ihr mehr zum Thema Investieren in ETFs bzw. passives Investieren wissen wollt, dann schaut euch auch gerne mal unsere Playlist an, wo wir mal einen passiven Investieren-Kurs erstellt haben. Den findet ihr hier oben bzw. auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne ein Like da. Und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.